WDR mediagroup GmbH Captain Pete Maverick Mitchell Ich will ganz offen sein, Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazansky, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass Sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir. Ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten. Was zum Teufel? Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Captain. Und es geht wieder los. Auf geht's in drei, zwei, eins. Wir ziehen in einen Kampf auf einem Niveau, das kein Pilot je erlebt hat. Nicht einmal er. Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir. Mein Dad hat an dich geglaubt. Ich mache nicht denselben Fehler. Einige werden es nicht schaffen. Das sind deine Piloten. Wenn ihnen irgendwas passiert. Rakete, Rakete! Werdere! Wirst du dir das niemals verzeihen. Jetzt gibt's kein Zurück. Komm schon! Oh, mein Gott! Na, macht's was? Na, macht's was? Na, macht's! Chao! Untertitelung des ZDF, 2020